Ok, hier hat jemand Insekten erforscht. Erforscht. Ein interessantes Großhaus. Kaputte Lektorgeräte. Gibt es noch eine Erinnerung? Ich schnapp sie in die Erinnerung. Ein Schuss auf dem Boden. Zu groß für einen Mann zu alleine fühlen. Ein Gaping Mord. Langsam entzündet beide Mann und das Lichthaus. Und trotzdem. Er stöpfloscht, niemanden Hilfe zu akzeptieren. Ah. Ok, wahrscheinlich erst mal hier hoch. Dann schreit es zu bestätigen. Ah, was passiert jetzt nun? Ein Fahrstuhl oder so? Fasziniert. Ein Fahrstuhl. Kann man einstellen. Kann man nicht aufspringen. Das ist ja schade. Okay, da kommen wir vielleicht noch nicht rüber. Vielleicht hilft es mit dem Fahrstuhl entbege ich. Okay, da kommen wir hoch, aber... Ah, okay. Hier kommen wir hoch. Okay. Gucken wir jetzt nicht links. Wir müssen nochmal runter. Hui. Sehr schön. Das nochmal hoch. Und runter damit. Hier hoch. Hier drüben zu dem Ding müssen wir hin. Steht das Teil dort im Weg. Okay. So. Und wie ist das noch nicht die Lösung? Das ist der Weg zum Schwerstuhl. Aber problemlos. Problemlos auch nicht. Aber können wir rüber. Dann hier hoch. Das ist nur ein Spielgüter und deshalb sieht das ein bisschen komisch aus. Der Schrank fällt auf. Was das jetzt bringt... Ich weiß es nicht. Es hätte fast klappen können. Sonst würde ich zeichnen nicht mehr da. Dann mal rüber zu hopsen. Geht es nicht. Tja. So kommen wir da auf jeden Fall nicht drüber. Okay. Was machen wir nun? Kann ich uns nochmal betätigen? Tja. Aber was nun? Okay. Da schafft man es auf jeden Fall rüber. Kann man von hier springen und dann hier. Na komm. Letzte hoch. Und das Teil im Weg. Knappe Sache. Knapp heißt eben nicht. Tja. Fast erreicht heißt nicht erreicht. Tja. Tja. Wir können es nicht nutzen während wir hier. wieder mal draufstehen. Tja. Es ist gerade ein bisschen... Tja. 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 wenn ich das jetzt hier rausschiebe dann habe ich hier schon mal was soll man das bringen soll ich bin mal da so hoch sehr schön betreten wir den schrank nach nahen ja eine weitere erinnerung das alles nur für eine erinnerung oder was das wäre jetzt ein bisschen heftig ein nostalgie schärpte tugs at mor's hot i forgot how much i miss the sky and stars okay 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 Nein, nein, nein. Aha. Nichts, was mir helfen würde. Nicht unbedingt. Wo der Juni ist, braucht dieser Anzug nicht mehr. Ok. Hier könnte ich ihn eigentlich gebrauchen. Aber ok. Ah, jetzt haben wir hier, um was zu reparieren. Ach, müssen wir nicht mehr extra betätigen oder was? Tut zu uns selbst. Ah, ok. Da war nicht sehr erfolgreich. Also runter mit uns. Nein, nein, nein. Da wollte ich noch mal hin. Aha. Wusste ich doch. Sehr schön, wenn da von zwei in der letzten Luft aufgeschaut haben, damit die Bären dann wieder weiterleben können. Hier noch eins nach dem anderen. Darunter muss ich jetzt. Mach den Gioanimo. Noch nicht. Nicht. Und das hier mal gerade wieder zurück. Okay, ganz nach unten hier. Und raus hier. Da war noch was zu. Oh, nein. Oh, nein, nein. Da war noch das. Oh, nein. Eine von ihren Lieblingszellenzellen. na komm, das Stimmchen muss noch geübt werden ok, von dem Weg dort hin ich glaube zwar nicht dran, dass der nächste Fuscher der Auffrischer direkt hier ist, auf einer unteren Ebene ok, lustigerweise aber noch hier so Sushi geht's dank wenn du meinst, dass dank jetzt so, und weiter so, sehr gut man kommt voran oha, da wird ja schon das nächste nächsten Winterfuscher na komm, jetzt go das geht schnell ja, dass wir umgeguckt werden so 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 das Innere das Innere das die Luft aus Neussamer Himmah dann kann man sich schon atmen ok, auch bei Meri haben wir das gefreit ok, da ins Loch müssen wir reingucken nach oben nach oben nach oben nach oben hier oder woanders und woanders scheinbar woanders woanders so mit uns und so Então auf das Gebirge zum echten so Welche Thronerbe oder welche Erinnerungen noch patrons von patronen unterstützt die das spiel Hilfe doch mal bei Unkraden, bei Unkraden, jetzt habe ich irgendwas, was wollte ich jetzt mit Unkraden sagen. So runter, 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 runter. Oh, Spiegel. Ui. Jetzt komme ich nicht lang, oder? Wir wollen in die Höhle, oder? Ich war doch hier irgendwo. Das suchen wir jetzt in der falschen Stelle. Ne, hier ist nur das Regenbogen, äh, Regenbogen, äh, ähm, Leuchtturm, Leuchtturm, Leuchtturm war das. Das Leuchtturm-Ding. Wenn die Switch sagt, wir müssen runter, gehen wir runter. Ach ja, das ist hier, das ist, das mit der Steuerung, mit dem Springen und so weiter, das ist ein bisschen, ja. Bei der Hitze fehlt mir langsam die Konzentration. So, wir werden mal Schluss machen. So, wo geht's nach unten? Und, ähm, ja, vielleicht dort wo ich schlank wollte. Ja, das ist, am Anfang habe ich das wirklich nicht verstanden und jetzt ist es halt ein bisschen, na komm. Na ja, hier. Ich muss nach unten und drücken, unten und drücken. Verhältnis nach unten und die Leer-Taste. Ist ein bisschen umständlich. Muss man schon sagen. Dann haben wir, glaube ich, ab. Achso, wir wollen wahrscheinlich auf die anderen Insel, oder wollen auf unsere Heimatinsel. Schauen wir mal. So, runter. So, runter. Ich muss auch ein paar Abkürzungen nehmen. Ist mir recht. Okay, und bevor wir zu einer nächsten Insel fahren, mache ich hier mal Pause. Äh, beziehungsweise Schluss. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo das das letzte Mal gibt. Ich glaube, wir müssen noch mal hinfahren. Dann gibt's einen kleinen Sprecherpunkt. Ich hatte mich nach oben schon mal so, als euch gefallen haben. Dann habt ihr noch einen angenehmen Fürst in die Tag. Und lasst ein Abo da. Schaut auf Deutsch vorbei. Wenn man sich das dann auf YouTube hochladen. Und man sieht sich. Oh, Tana. Oh, Tana. Oh, Tana. Oh. Oh, Tana. Oh, Tana. Oh, Tana. Oh. 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 Das ist jetzt ein kleines Ding, das dann. Bitte, bitte. Kapitel 2, Berger, Teil 3, Berger ins Motor, der Motor der Insel, wahrscheinlich für die Belüftung. Die Belüftung des Motor, der 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 Motor. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020